Dritter Drehtag im letzten Sommer, Schauplatz, die wohl beste Cocktailbar in ganz Graz, das Rangoon am Mera-Hilferplatz. An diesem Tag haben wir die Gäste selbst mitgebracht. Hier treffen sich Peter und Gott, um über Gott und die Welt zu philosophieren. Weil mir alle scheißegal sind, denen alles scheißegal ist. So, jetzt haben wir den Text vergessen. Nachdem der Text endlich saß, waren schließlich auch alle Gespräche im Kasten. Kamera? Läuft. Wie geht das? Weil mir alles scheißegal ist, denen alles scheißegal ist. Aber warum? Weil mir alle scheißegal sind, denen alles scheißegal ist. Da interessiert mich überhaupt nicht, was mit denen passiert. So wie bei den Dinosauriern.